So, ich hab jetzt mal den Bildschirm klein gemacht, das lag echt... Nein, sag jetzt nicht, das liegt... Doch, es liegt echt dran, okay. Ich habe gerade alles rausgefunden, warum es laggt. Und zwar, weil ich die ganze Zeit im Vollbild-Modus gerade gespielt habe. Und ich darf wahrscheinlich hier nicht im Vollbild-Modus spielen. Also spiele ich jetzt in diesem Modus. Finde ich ganz gut, weil so erschrecke ich mich nicht mehr. Ach so, ein Ticket gesehen. Welche Ticket? Kann ich mich crouchen irgendwie? Ich will crouchen. Ja, ich kann crouchen, geil. Okay. Der eine ist dronken. Da haben wir zwei Typen noch. Wer hat davon die Waffe? Der hat ein Messer. Der hat ein Messer, der hat die Waffe. Ich switch zur Waffe lieber um. Ist sicherer. Weil dem da vorne muss ich glaube ich als erstes ausschalten. Hat der wirklich eine Machete oder eine Waffe? Ich kann es gerade nicht sehen, weil das Feuer da ist. Der hat eine Machete. Der zeigt dich. Dreh dich, Mann! Ja, toll. Falsche Seite. Arschloch. Arschkeks. Ohne Witz mal. Ja. Ich habe jetzt keine Lust den Falschen zu erschießen. Ich mache es jetzt einfach mal. Das war der Erste. Das war der Erste. Das war der Zweite. Okay, der geht runter. Das finde ich gut. Und... Tod. Tod. Cool. Sehr gute Situation hier gelöst. Help. Du brauchst Hilfe? Hier, du kriegst mal eine Machete. Das wird dir helfen. Arschkeks. Ja, das Problem ist jetzt halt nur, dass ich nur noch eine Kugel habe und einen Pfeil. Ich darf den Pfeil nicht verschwenden. Und da vorne ist ein Erste-Hilfe-Kid. Das nimm ich gleich mal mit. Ja, das reizt sich. Ach, das war der Eingang. Ei. Ach, deswegen. Okay. Okay, hier müssen wir nichts aufschießen. Das ist schon mal gut. Ja, ich bin Hyde. Ich schaffe das. So. Dann schauen wir uns mal hier um. Okay, wir gehen gleich mal in Deckung. Das könnte böse werden. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die beiden Knarren dabei haben. Oh, da vorne steht einer. Der hat eine Knarre. Kacke. Da hat schon wieder einer so eine fucking Weste an. Ich hab... Ey, wie soll ich das denn machen jetzt? Das ist praktisch unmöglich. Einzige, was ich machen könnte, ist... Hat der eine Knarre? Ne, die haben wahrscheinlich beide Macheten. Das wäre sonst echt unmöglich, irgendwie das zu schaffen. Das Einzige, was ich machen könnte, ist, mich von hinten an den Rand schleichen. Und... Den Typen... Executen. Den anderen Typen dann erschießen. Und die beiden anderen irgendwie... Verunsichern. Okay, versuchen wir das mal. Hey, wer ist das Typ? Leute, wir haben Kompany. Zurück. Okay, kacke. Den kann ich nicht executen. Wieso kann ich den nicht executen? Ein anderer Stray, der schaut, um ihn zu schießen. Keiner braucht, um ihn zu schrauben. Kacke. Okay. Nein, 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 nein. Das machen wir nochmal. Ich wusste nicht, dass wir den nicht executen können. Das machen wir nochmal. Das... Nee, das... Das muss nochmal gemacht werden. Entschuldigung. Okay, dann machen wir es jetzt ganz anders. Wir machen es ganz einfach. Der hat die Knarre. Den erschießen wir mit dem Bogen. Okay, kurze Lacks. Zack. Game over, Leute. Game over. Und ich hab zwei Kugeln extra. Passt auf, Leute. Ich hab ne Knarre. Ich kann beides auf einmal switchen. Was willst du eigentlich? Das war dumm. Das war dumm von mir. Das war richtig dumm. Zack. Den ersten Tod. Scheiß auf dich. Aber ich hab die Situation irgendwie hinbekommen. Ey, hallo. Wen soll ich helfen? Du? Du brauchst Hilfe? Du wolltest mich doch gar töten, du Penner! Da brauchst du keinen Erbarmen haben. Ganz ehrlich. Wenn du Schuldgefühle mit solchen Leuten hast, hast du schon verloren in solch einer Welt. Hey. Hallo. Du bist frei. Du kannst laufen. Hör auf. Okay, dann hör halt nicht zu. Schlampe. Was haben wir hier? Oh, da kann man vielleicht rein. Ja! Da kommt man rein. Ist abgeschlossen? Nein. Sehr gut. Und hopp. Hoch. Gucken wir mal, was hier so rumfleucht und kriecht. Ah, okay. Da geht's weiter. Ach, da muss ich sogar lang. Ach, du Scheiße. Ist ja doof. Ich wollte hier gar nicht lang. Ich wollte erst nochmal alles erkunden. Falls hier noch irgendwas rumliegt. Ich geh mal hier rauf und ganz ehrlich. Ey, Frau. Okay, die ist anscheinend im Moment katatonisch. Wir gucken trotzdem erstmal hier nochmal ein bisschen rum. Weil hier gibt's immer irgendwelche Sachen, die rumliegen. Immer. Okay. Anscheinend liegt hier im Moment gar nichts. Das ist ja doof. Da müssen wir ja wirklich hier lang. Das finde ich ja echt... Naja. Banane finde ich das. Hier kann man hoch. Will ich aber noch nicht. Und da liegt zum Beispiel noch eine Ratte. Oder Rattenfleisch. Lecker, lecker Rattenfleisch. Ich hör schon wieder die Mucke. Mach dich mal locker. Hier. Kriegst du einen Pfeil. Geil. Vier Schuss, Leute. Vier Schuss in der Knarre. Damit komme ich richtig gut aus gleich. So, gucken wir mal hier. Hier haben wir... Das ist abgeschlossen. Okay, das machen wir gleich auf. Dafür kann ich gerne einen Schuss verschwenden. Zack. Ofen. Öffne es. Cool. Hier liegt Adrenalin. Das wird in Hand kommen. Adrenalin macht mich die Schmerzen. Nee. Scheiße, ich hab vergessen, wie das Lied ging. Ach nee, Adrenalin. You don't even feel the pain. Wild in the wildest dream. Irgendwie so. Ticks Adrenalin. Ey, der lebt noch. Ja, bevor er noch Hilfe ruft und seine Kollegen hier ankommen, hab ich keine Lust drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, hier gehen Treppen hoch. Genau, die wollen wir natürlich hochgehen. Und im vierten Stock hat die Bitch gesagt, wenn ich mich nicht irre. Weil, ja, hier ist es zum Beispiel zugemauert. Vierter Stock. Das ist hier oben. Und, ja, hier lang gehen. Dann gucken wir uns mal hier um. Bevor wir aber gleich rein stürmen, müssen wir ganz vorsichtig sein. Das kann echt scheiße böse enden hier. Da drüben ist zum Beispiel schon mal Blut. Da gehen wir gleich mal hin. Weil es total sicher ist. Ich hasse lange Gänge. Alter, kann man die Musik aufhören abzufucken? Fuck, Alter, Mann. Lass mich runter. Du versuchst, zu behave? Klar, was du sagen willst, lass mich runter. Nicht mich zuhören. Hörst du mich? Nicht mich zuhören! Okay, den Tüten muss ich erschießen. Kleiner, blöder Wechser. Ich wollte gerade sagen, der kann doch mal sterben jetzt. Kommt man da irgendwie runter? Ja, komm mal. Sehr schön. Dann helfen wir mal der Frau. Juhu, Ups, Salat! Salat! Schlipsalat! Ich mag Salat! Ich esse Salat! Hier unten wurde auch anscheinend schon jemand getötet wieder. Aber ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich überhaupt da rüberkomme. Stimmt. Ist da eine Tür? Ja, da ist eine Tür. Das heißt, ich sollte da irgendwie lang kommen. Und, hör auf zu lenken, bitte. Alter, hör auf zu lenken! Alter, hör auf zu lenken! Okay, es leckt gerade heftig. Sie würden nicht gehen, ohne ihre verlassenen Relativen. Wenn deine Frau einen selben Ort gefunden hat, oder ein Bandit mit einer Gruppe, dann ist sie wahrscheinlich irgendwo in Haventon, waiting für dich. Du wirst niemals wissen, aber wenn das der Fall ist, ist sie wahrscheinlich nicht in der Nähe. Nun, es sind zu viele Gangs rundherum. Okay, wir gucken uns jetzt einfach mal hier um. Ich hab grad mega Schiss, Leute. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie... Was für ein scheiß Schiss ich grad hab. Oh, fuck you, ey. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you. Tausendmal fuck you von mir aus. Oh ja, kaputte Spiegel, auch gut. Also hier war nix. Da ist ein Toter. Er ist recht, diese Musik, die macht es so bedrohlich. Ich hasse es. Ach du Scheiße. Okay, die kann ich mit einem schweren Kill. Da kommt noch einer. Da kommt hinter mir auch noch einer, okay. Okay, kacke. Ich kann nix machen. Ich kann nix machen. Ich konnte nix machen. Ich konnte nix machen. Es war doof. Es war einfach nur zum Kacken, Leute. Da ich ja so netter bin, rette ich die Schlampe jetzt. Wieder. Es war aber dumm. Ich hätte den Pfeil benutzen sollen. Ich hätte den verfickten Pfeil benutzen sollen. Ah, ich bin... Ich hab nicht geladene Waffe. Toll. Okay, ich mach's nochmal. Weil wir haben ja so viele Wiederholungen. Und ich probier jetzt einfach mal mit meinem... Pfeil... Ihn zu treffen. Also switche ich zum Bogen erstmal um... Yes, Sir! BAM! Danke schön. Ist auch alles kaputt. Alles klar, danke schön. So, dann... Versuchen wir jetzt mal wieder... Die Bande davon zu töten. Erstmal gucken. Hat irgendeiner von denen eine Waffe? Eine richtige Waffe? Nein. Deine Waffe? Nein. Alter, Kollege. Ich bin gleich weg. Ah, hinter mir! Nein, das wollte ich nicht! Kleiner... Lachwichser. Okay, ich mach das jetzt am besten mit Pfeilen. So, und Pfeilen. Zack. Weg. 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 Nein, geht nicht. Du wolltest mich angreifen, du hast mich beinahe getötet und deswegen kriegst du jetzt einen Pfeil von mir rein.